es gibt ziemlich viele creeps auf der meide spinnen aber keine neutralen gebäude es gibt zwei spinnen zwei trolle ich glaube vier waage ich bin mir sicher kann auch zwei waage sein und in der mitte sind jeweils zwei orc creeps erlich viertes zeitalter ich bin mir sicher ich bin mir sicher hätte ich auch noch ein bisschen warten können mit scouten und ich habe auch noch ein bisschen wasser, aber ich habe auch noch ein bisschen also auf einer map voller creeps würde ich auf jeden fall nicht auf spitten gehen aber kommen kommen wahrscheinlich pieken raus deswegen ja ist eine hübsche map ja Vielen Dank. 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 Hello. ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ......... ......... ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........